Kombinierte Fragmente erlauben es, diverse Kontrollstrukturen explizit zu modellieren. Dadurch gelingt es, gewisse Ausführungspfade präzise und kompakt zu beschreiben. Sehen wir uns nun als erstes die Modellierung von Verzweigungen und Schleifen an. Für die Modellierung von Kontrollstrukturen innerhalb von Sequenzdiagrammen stellt die UML die sogenannten kombinierten Fragmente zur Verfügung. Ein kombiniertes Fragment hat zwei Bestandteile, den Operator und Operanden. Der Operator definiert die Art des kombinierten Fragments. Dabei gibt es bereits von der UML zwölf vordefinierte Operatoren. Ein Operator enthält mindestens einen Operanden, aber je nach Operatorenart eventuell auch mehrere Operanden. Innerhalb eines Operands modelliere ich wieder Interaktionsfolgen. Wichtig ist, dass kombinierte Fragmente auch geschachtelt werden können. Das bedeutet, innerhalb eines Operands kann ich wieder weitere kombinierte Fragmente aufnehmen. Zusätzlich gelingt es mir, auch andere Sequenzdiagramme innerhalb eines Operanden zu referenzieren. Wie sieht nun die Notation für ein kombiniertes Fragment aus? Grundsätzlich gilt, ein kombiniertes Fragment wird als Rechteck dargestellt. Dieses Rechteck spanne ich zumindest über alle Lebenslinien, die es betrifft. Im linken oberen Winkel, wieder in einem Fünfeck, wird der Operator des kombinierten Fragments angegeben. Das heißt, es wird angegeben, um welche Art von kombinierten Fragment es sich handelt. Wird nichts angegeben, so ist der Default eine Sequenz, das heißt, der Operator wäre dann Sec. In unserem Fall hätten wir hier als Operator alt, das heißt, es handelt sich um ein kombiniertes Fragment, wo verschiedene alternative Abläufe angegeben werden. Die einzelnen Operanden werden durch eine gestrichelte Linie voneinander getrennt. Das heißt, bis zur gestrichelten Linie hätten wir hier den Operanten 1, darunter den Operanten 2. Innerhalb eines Operanten gebe ich wieder, wie gewohnt, einen Nachrichtenfluss an. Ich könnte auch, wie bei Operant 2 dargestellt, ein weiteres geschachteltes kombiniertes Fragment angeben. In diesem Fall wäre das geschachtelte kombinierte Fragment eine Schleife, charakterisiert hier durch Loop. Bei Schleifen brauche ich nicht mehrere Operanten, es reicht mir einer. Daher habe ich hier auch keine gestrichelte Linie, sondern es wird der Nachrichtenfluss einfach hier innerhalb dieses Operanten wiederholt. Hier sehen wir eine Übersicht über alle zwölf von der UML zur Verfügung gestellten Operatorarten. In der ersten Gruppe befinden sich die Operatoren für Verzweigungen und Schleifen. Wir modellieren alternative Interaktionen mit dem Alt-Operator, während der Opt-Operator für optionale Interaktionen dient. Ausnahmen werden mit Break modelliert und Schleifen mit Loop. In der zweiten Gruppe haben wir Operatoren für Nebenläufigkeit und Ordnung. Der Sec-Operator dient zur Modellierung von sequentiellen Interaktionen mit schwacher Ordnung. Sollte die Ordnung streng sein, so bediene ich mich dem Strict-Operator. Paar dient zur Modellierung von nebenläufigen Interaktionen und Critical von atomaren Interaktionen. Letztendlich haben wir in der dritten Gruppe noch Operatoren für Filterungen und Zusicherungen. Ignore dient zur Modellierung von irrelevanten Interaktionen. Im Gegensatz dazu Consider für relevante Interaktionen. Letztendlich gibt es noch Assert für zugesicherte Interaktionen und NEC für ungültige Interaktionen. Als erstes wollen wir den Alt-Operator behandeln. Er dient dazu, um verschiedene alternative Interaktionsabläufe festzulegen. Das heißt, zur Laufzeit wird nur einer von den mehreren Operanten ausgeführt. Ich spezifiziere unterschiedliche Bedingungen, die am besten wechselseitig ausschließend sind. Und zur Laufzeit wird jede Bedingung ausgewertet und entsprechend dann einer der Operanten ausgeführt. Ich habe auch die Möglichkeit, hier ein Schlüsselwort S zu verwenden. Falls keine davor angehenden Überwachungsbedingungen erfüllt ist, so wird der S-Zweig ausgeführt. Der Loop-Operator dient zur Modellierung von Schleifen. Beim Loop-Operator wird eine minimale und eine maximale Anzahl von Schleifendurchläufen festgelegt. Optional kann zusätzlich eine Überwachungsbedingung angegeben werden. Es wird auf jeden Fall die minimale Anzahl von Schleifen durchlaufen, ohne dass man die Überwachungsbedingung überprüft. Zwischen der minimalen Anzahl und der maximalen Anzahl wird jedenfalls immer die Überwachungsbedingung überprüft. Und sobald die maximale Zahl erreicht ist, wird abgebrochen. Bei Stern, Unbounded, wird natürlich nie abgebrochen. Hier bei den Notationsvarianten, die wir sehen, haben wir eine Loop 3 bis 8. Hier wird auf jeden Fall dreimal durchlaufen, danach bis zum achten Durchlauf die Überwachungsbedingung überprüft und nach dem achten Durchlauf jedenfalls abgebrochen. Bei Loop 8 wird die Schleife genau achtmal durchlaufen und es wird nie eine Überwachungsbedingung überprüft. Loop, Loop Stern oder Loop Null bis Stern sind äquivalent. Hier wird jedenfalls die Überwachungsbedingung überprüft. Optionale Interaktionen werden mit Hilfe des Operators Opt modelliert. Das heißt, ich muss bei einem Opt-Operator auf jeden Fall eine Überwachungsbedingung angeben und nur wenn diese Überwachungsbedingung erfüllt ist, werden die Interaktionen innerhalb des Operanden durchgeführt. Ich benötige wieder nur einen Operanten zur Modellierung von Wenn-Dann-Semantiken. Wir sehen hier ein Beispiel für die Kombination von einem Opt- und einem Alt-Operator. Im Beispiel haben wir drei verschiedene Objekte. Ein Objekt Student, eines Student Admin System und Database. In der die Studierende meldet sich beim Student Admin System für eine Prüfung an und dieses Admin System proviert, den Datenbank-Eintrag zu machen. Die Datenbank liefert dann einen Status für diese Anmeldung zurück. Und abhängig von diesem Status gibt es innerhalb des Alt-Operators drei alternative Szenarien. Nämlich, wenn der Status OK ist, das heißt, noch Prüfungsplätze vorhanden sind, wird hier einfach OK zurückgeliefert. Zweites Szenario ist, dass zwar selbst keine Prüfungsplätze mehr frei sind, aber auf der Warteliste noch etwas frei ist. Und der dritte Fall ist, dass auch auf der Warteliste nichts mehr frei ist und dann wird ein Fehler zurückgemeldet. Nur für den Fall, dass noch auf der Warteliste etwas frei ist, haben wir da noch ein optionales Szenario, der die Studierende kann entscheiden, ob er sie an der Prüfung teilnehmen will, also weiterhin auf der Warteliste bleiben will. Und dann muss der die Studierende noch einmal abschicken, das Register, und danach wird das Student Admin System in der Datenbank den Eintrag für die Warteliste, für den die Studierende machen. Und wenn da das OK zurückkommt, wird das an den die Studierende weitergegeben. Ausnahmesituationen werden mit Hilfe des Break-Operators modelliert. Das heißt, ich benötige dafür eine Überwachungsbedingung, die mir beschreibt, wann diese Ausnahmesituation eintritt. Am besten, wir sehen uns das Ganze an einem Beispiel hier an. Hier haben wir außerhalb jegliches Operators die Nachricht A, die wird auf jeden Fall durchgeführt. Danach haben wir eine Sequenz und als erstes in dieser Sequenz ist ein Break für eine Ausnahmesituation angeführt. Die Überwachungsbedingung hier sei A ist kleiner als 1. Wir nehmen an, es tritt jetzt diese Ausnahmesituation ein. In diesem Fall wird alles innerhalb des Break-Elements ausgeführt. Das heißt, als nächstes werden B und C ausgeführt. Nachdem Break ausgeführt wurde, wird keinesfalls mehr eine Interaktion des umgebenden Fragments ausgeführt. Das umgebende Fragment, das heißt, in dem Break enthalten ist, ist die Sequenz. In Sequenz würde hier noch die Nachricht D kommen. Die Ausnahmesituation wird keinesfalls ausgeführt und die Ausführung wird nach dem umgebenden Element fortgesetzt. Das heißt, als nächstes wird E ausgeführt. Das heißt, wenn die Ausnahmesituation A ist kleiner als 1 hier an dieser Stelle auftritt, ist der Trace A, B, C, E. Wir kommen zu einem Beispiel, das sowohl einen Loop- als auch einen Break-Operator verwendet. Wir haben wieder die bereits bekannten drei Objekte und zu Beginn starten wir schon mit einer Schleife. Die Schleife wird zumindest einmal durchlaufen, ohne dass die Bedingung überprüft wird. Und hier versucht der, die Studierende, sich am System anzumelden und der Login wird hinten bei der Datenbank überprüft. Es wird jedenfalls ein zweiter Schleifendurchlauf probiert. Es wird nämlich überprüft, ob das Passwort falsch war. Und nur wenn das Passwort falsch war, wird hier die zweite Schleife durchlaufen und eventuell auch noch eine dritte. War das Passwort korrekt, wird die Schleife beendet und man kommt gleich an diese Stelle. Nachdem ich das jetzt ein-, zwei- oder dreimal durchlaufen habe, ist ja das Passwort entweder korrekt oder inkorrekt. Nur für den Fall, dass hier nach drei Schleifen durchläufen, das Passwort noch immer inkorrekt ist, tritt diese Ausnahmesituation bei Break ein. Und dann wird eine Fehlermeldung vom Student-Admin-System, an den die Studierende zurückgegeben. Break bricht alles weitere im umgebenden Element ab. Das umgebende Element ist das Sequenzdiagramm selbst. Und daher werden alle weiteren Nachrichten nicht mehr durchgeführt, wenn diese Bedingung im Break eintritt. Ist die Ausnahmesituation nicht gegeben, das heißt, es wurde ein korrektes Passwort eingegeben, so kann der die Studierende sich registrieren und das Ganze wird in der Datenbank vermerkt. Wie man kombinierte Fragmente einsetzt, ist uns nun grundsätzlich klar. Wir kennen auch alle kombinierten Fragmente für Schleifen und Verzweigungen, sind auch die wichtigsten kombinierten Fragmente. Aber darüber hinaus gibt es noch weitere kombinierte Fragmente. Wir wollen diese in einem folgenden Video vorstellen. Wir wollen diese in einem folgenden Video vorstellen.